Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ja und ähm wir sind hier am Endportal und in zwei Minuten geht's los, ne in einer Minute geht's los Ähm wir sind hier mit noch ein paar anderen Leuten im Talk und ähm ja Gleich gehen wir rein, gleich wird's eröffnet und viel Spaß beim Zuschauen So ich hol die andere mal dazu So eine Minute noch dann geht's los Pool der Coolen Kommt in den Pool der Coolen Oh scheiße ich habe mir einen Schwerka drauf gehauen Ahja Feeling gut Alle abbauen Zehn Alle weg, alle weg Nein warum alle weg Alle rein Also ich glaube ich warte ein bisschen und dann springe ich erst rein Wegen Dings Jetzt sind einfach alle bei uns, kann das sein Hallo an alle 25 Leute online, Alter Alle weg, alle weg Alle rein auf uns Skip, 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 skip Ah ja Hier, ich habe gar keinen Käfig Ja Also ich glaube ziemlich das Falsche, die ich was gehen wollte Was geht los End Oh wir sind eingebaut, ist gut Ich geh mal hinter euch her Ich komm ich hier nicht hoch, Hilfe Pist euch jetzt mal hier Hier ist einfach so ein blöder Dingsblock gewesen Hallo Hallo Hallo, hallo, hallo Hallo, skip mal, slash skip er End Slash, skip Diesen Buffet gibt es nicht Kann mir bitte wer sagen, wie ich ins End komme Indem du in das Portal reinspringst Weiß ich ob der oben da schon kaputt ist Ja, aber ich weiß nicht, wo das Portal ist Ja, der ist jetzt ein bisschen zu spät Wir haben jetzt gerade schon angefangen Was? Ja, ist egal Ich will einfach nur ein sehr weiter D&D Das würde mir reichen Ah, das ist blöde Ändern Kann mir dann wenigstens wieder sagen, wo ich hin muss Aber ich glaube, ich habe es gefunden So, ähm Das hier in den Moment Einfach zum Spombard halt, die Quarztreppe runter Und dann oben die Eisstrecke entlang Ja Die war's, die Eisstrecke Ja, die Eisstrecke Der Drache ist auf mich Schlichtig, schlichtig, schlichtig Einzu, Achtung Ja, ja, ich weiß schon Raketen Ich Ah, da oben ist noch ein Ender-Dings, ne? Ja, warte, ich mach ihn kurz weg Das sind mehrere Halt, du bist dieser Ernst Hab den, Freddy Du bist ein kleiner, mieser Abstauber Da ist noch einer Aber vom ekelhaftesten Weg, weißt du, was ich mein? Ja, boom Abgeweckt Aua, ja, 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 aber Oh, Junge Jetzt ist der so ausgenommen Okay, Leute, warte, der ist in der Mitte, der ist in der Mitte Ja, töte mal alle mit Einfach mit drei Einfach, ich schaffe Ich hitte den einfach mit drei Raketen, Alter Töte mal bitte alle mit Betten Bitte, 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 bitte Bitte, bitte, alle, die da stehen Einfach mit Betten töten Ich hab Endcrystal Ja, direkt neu spawnen Das, nee, hab ich extra nicht gemacht, weil das wird dann nur Klau Wieso ist da oben so ein Teil? Wo? Da oben ist da oben Da, wo jetzt Feuerwehr ist, ey Ey, das ist so ein Chaos, ne? Oh, 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 blue Ihr habt mich erschlagen, der Ender Dragon hat mir den Rest gegeben Das sind doch Dings, wir müssen die Dings erstmal wegmachen hier Im Alter, ich hab doch blue als erstes verdient würde ich dazu erst mal so sagen ja danke von dir keine sorge der dn hat einfach kein plan was los ist ich glaube es gibt hier immer noch ein paar crystals die noch da sind einfach nur so und du bist es so gewohnt dass dann ein spieler kommt und dann plötzlich kommt da so eine armee diese quelle hier triggert wenn ich jetzt bei der eisbahn gefahren bin und ich draußen bin dann bin ich in diesem dort wo muss ich dann hin ich will ich will die mit ich will die mit meiner ich bekomme ich bekomme jungs ich bekomme ok das wird jetzt vermutlich eine richtig richtig dumme idee was ich jetzt mache was machst du aber für den server hoch ich hab's überlebt wir machen da oben noch irgendjemand da unten ein wasser immer platzieren weil ich will nicht drauf gehen ja da kann ich doch nicht runter springen aber ich mache jetzt den per hand kaputt hier oben diesen ender christianke hallo steht mich da in der wasser im hofer der ist kaputt gemacht alle das war primo für alter passiert hier ich bringe mit dem zweiten tuch Alter, ich hab einfach mit diesem Pfeil ergeben. Alter, warte, ich will den letzten Hit mit nem Trident bekommen. Lass das bitte. So, welche Eisbahn muss ich jetzt fahren? So, was ist das Achievement? Digga, was ist das? Mann, ich will einmal den Hit mit nem Trident bekommen. Das sieht so dumm aus. Ich mach bis zum Feil, oder? Alle schießen da so brennende Pfeile hoch. Was macht Fami? Du bist Raketen. Oh, Mann, Alter. Ja! Ja! Kann mir jetzt bitte das sagen, welche Eisbahn ich fahre? Ja, Feuerwerk! 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 Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? XP, 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 XP! Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Wo sind die XP? Warum ist da kein XP? Was ist das? Ach, Blue, was bist du denn... Nee, das ist nicht gut. Warum ist da kein XP? Pizza. Ja. Ene? Ich bin erster. Ich scheiß... Lappen. Wurste sei. Wer ist das Ei? Drachen Ei? Die nächste in der Till hat das! Ja! Nein! Ich hab Kackatumbrot wieder runtergeworfen. Ach! Mordgatequay. Ach, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Moro? Alter, wie lange dauert denn dieses... Was ist das Green? Wie überspringe ich denn? Wie überspringe ich denn? Muss das jetzt alles lesen? Nein, mit Escape! Feuerwerk! Blumen der Cape, willst du denn skippen. So. Also, Enzo kommst du... Ah nein, ihr bleibt ja alle noch am Ende. Wo bist du? Also ich geh jetzt ins Zweite. Du kannst jetzt einfach das Elm-Portal abbauen, ne? Wie würdest du... Ich geh jetzt ins Zweite. Wo bist du? Jo? Ich bin wieder nach Hause. Ach, schade. Ach, da drin ist es. Ich hab gesagt, ich bleib ned. Mhm. Von Anfang nach hab ich was gesagt. Ich muss da noch was essen hier. Ich versteh das jetzt nicht. Ich bin jetzt im Nether unter dem Spawn-Portal. Und wo muss ich dann jetzt lang? Komm ich muss... Ich komm sowieso zurück. Ich komm dich holen. Ich komm dich holen. Ich komm dich holen. Da musst du aber... Bist du die Quatschäfer runtergelaufen, ne? Ei, Digga. Warum folgt mir Kaka, du Brot? Du bist die... Du bist die Quatschäfer runtergelaufen, ne? Diese Quatschäfer. Ja. Und jetzt ist da sicher irgendwo... Du müsstest da jetzt irgendwo so eine Eis-Strecke sehen. Ja, mit Knöpfen und so. Ja, da musst du mit dem Boot langfahren. Ja, das bin ich, aber dann war ich scheiß ohne ein Dorf. Du bist die falsche Eis-Strecke. Bin ich zu weit oder die falsche? Hm. Die falsche, du musst jetzt oben langfahren. Ach, oben? Nein, nicht oben. Unten. Unten? Ja, das hab ich gemacht. Ja, hier. Ah, hallo. Und jetzt musst du da nach vorne. Und da kommst du... Da muss ich dann... Muss ich dann die ganze Strecke lang... Und du musst die nächste... Du musst die nächste Eis-Strecke auch noch nehmen. Ja, das hab ich auch gemacht. Nein, ganz sicher nicht. Und dann war da so ein Wasseraufzug. Nein. Nein. Du musst ganz nach vorn. Du musst die komplette Eis-Strecke mitnehmen. Sonst bist du ganz bestimmt falsch. Oh, Mann. Ah. Jetzt. Da ist ein Boot. Und da jetzt auch weiter. Oh, du siehst mich nicht. Okay. Muss ich jetzt... Bist du das? Hallo? Nein, ich bin schon lang weg. Das ist Tim. Okay. Und, äh... Ist der... Nein. Das war das für den Gegensatz. Nein. Du musst diese Scheiß-Strecke entlang. Dann die... Bis zu diesem... Äh... Blackstone. Dann kommt das... So, Leute. Ähm... Ich würd's sagen, ähm... Ich mach jetzt hier mal ein auf Gechillt. Und, ähm... Such hier mal meine Elytra. Hallo, Philipp. Ähm... Such hier mal meine Elytra. Und... Ähm... Würde ich sagen... Dann, wenn ich die hab, schalte ich euch wieder dazu. Und... Ja. Würde ich sagen... Sehen wir uns gleich. Hallo, Leute. Ähm... Ja. Ihr seht, wir sind hier in der Oberwelt. Ähm... Und... Äh... Ja. Es ist auch etwas schief gelaufen. Ähm... Ich hab jetzt das an, was wir noch in die... Was wir in einer Festung gelootet haben. Ähm... Ähm... Ja. Und dann war das einfach... Ins... Sind wir einfach ins Void rein. Und können nichts mehr retten. Ähm... Ja. Und... Ähm... Ja. Ich baue hier grad ein bisschen an unserer... Hafengebiet rum. Wir haben jetzt schon eine ganz schöne große Fläche hier mit... Ähm... Ähm... Mit... Ähm... Erde... Gefüllt. Ähm... Und... Dann mache ich hier mit den Felsen weiter. Aber mit den Felsen warte ich, bis ich eine Silk Touch Spitzer habe. Ähm... Hier... Die Schafe ist eigentlich ganz gut. Ähm... Und so. Aber... Ja. Ähm... Der Felix, der... Gibt mir dann auch gleich noch ein bisschen... Zeug, was er in den Festungen gelootet hat. Und dann tue ich mir damit dann mein... Neuen Stuff... Äh... Arbeiten. Und... Äh... Ja. Gut. Also... Wollte nur mal kurz euch... Das euch sagen. Und... Ähm... Bisschen blöd gelaufen. Und... Ja. Ähm... Da ist die Folge dann aber auch schon... Da ist diese Folge jetzt beendet. Da beende ich diese Folge jetzt damit. Und würde ich sagen, ähm... Ja, es hat... Ich hoffe, der Endkampf hat euch gefallen. Ähm... Und... Ja. Ich fand ihn episch. Vor allem mit dem Feuer... Für den Feuerwerk. Ähm... Und würde ich sagen... War's das. Und... Ähm... Lasst auf jeden Fall Dom nach oben da. Ähm... Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt... Dann könnt ihr das machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm... Kommentare da lassen. Und... Ähm... Ja. Ich find's richtig krass, wie es... Ähm... Wie die Kommentare... Unter dem... Letzten Video eskaliert sind. Also das war... Das fand ich schon geil. Ähm... Und... Ja. Wenn... Wenn sowas öfters passiert, dann ist es richtig cool. Und... Würde ich sagen... War's das. Und... Ciao, bis zum nächsten Mal.